Das Warten hat ein Ende, denn die Fortnite-Server sind wieder online. Startet Fortnite, ladet euer Update, falls ihr das noch nicht getan habt. Übrigens, auf Android gibt es immer noch große Probleme. Handy, also Android-Geräte, können nicht das Update laden. Ich hoffe, dass es demnächst gefixt wird. Aber für alle anderen, Update runterladen, Fortnite starten, in die Warteschlange reingehen. Aktuell 8 Minuten Wartezeit. Umso länger ihr braucht, umso länger wird die Wartezeit. Ich schätze mal, wenn ihr später Fortnite startet, 20, 30 Minuten. Gleich kommt auch mein Battle Pass-Video online, die Reaktion auf den kompletten Battle Pass. Ich hoffe, ihr gönnt euch das Ganze. Ansonsten, ganz wichtig, ich habe so viele Videos hochgeladen. Ein Item, was sehr, sehr selten ist, kommt demnächst. Was viele OG-Spiele hassen werden, dass das wieder zurückkehrt. Viele Gratis-Items. Fortnite Winterfest 2022 wurde geleakt. Gratis-Skins. Die ersten Items wurden geleakt. Ich schmecke das Ganze ab. Habt viel Spaß in der neuen Fortnite-Season. Ansonsten, wie gewohnt, wenn ihr euch was kaufen würdet, gerne, gerne mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.